da ich habe das die Uke Skelet gefunden geheimen Schweres Duke da liegt ja meine Freunde oh man haa like forever pass fein an, spielen wir auf Duke Nukem Forever das jetzt nie wieder nie mehr rauskommen wird vielleicht ja doch man weiß es nicht ja 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 Hi, we need to talk. I know, stranger. Please, go meet us. As you can see, we are a very peaceful tribe. For many years, we lived happily in our city, until Great Council is undised to protect the medallion. Since then, Mantle's troops have been trying to locate Banchester, but without success. As a matter of fact, Mantle's chances of finding us are million to one. We are simply too well hidden. They will never find us. Never. Oh my god, they found us. Damn, they must have followed me. Hey! Wir haben es geschafft. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, warum wir in Banchester sind. Das ist die Heimat des Zixi-Stammes, aber das wird in der Zwischensequenz erklärt. Und die Zwischensequenz ist lustig. Jey. Wenigstens ist das mal ne neue Location. Wo kommen sie, wo kommen sie. Wir müssen lieber nebeneinander sitzen, das leckt viel zu stark. Nö, das leckt nicht. Ah. Ich dachte, das leckt nicht. Ich dachte, der Typ, der das Spiel gestartet hat und gehostet hat. Es kann nicht lecken. Wir spielen über Hamari. Es kann nicht lecken. Das heißt doch schon, dass es nicht leckt. Besser als über Internet spielen. Oh nein, nicht wieder die Kamikaze-Typen. Ich hab genug von denen. Ich will gerne die Kanone wiederhaben. Das ist eine richtig geile Waffe. Machst du Bunny-Hopping? Das geht doch gar nicht. Mann, das sah aber fast so aus. Seit wann halten die Typen eigentlich Schuss mit der Doppel-Shotgun aus? Oder ich treffe einfach nur nicht richtig. Uuuuh. Diese kleinen Scheiß-Insekten, ey. Ne, Insekten-Eidex. Oh man. Nein! Sie kommen aus dem Baum gerollt! Da, hinter dir. Ah, Energiebrauch! Und tot. Wo? Von wo? Von wo? Da! Da! Bam! Weg. Test. Ja, Test. Da, mit diesen Dingen kommen wir weiter. Hallo! Hier! Wo? Wo müssen wir? Ah! Oh nein! Guck mal wie gut das gemacht ist! Wenn man gegen die Baumstämme läuft, dann rollen die. Richtig fortschritten. Hey, ich hab noch was gefunden. Komm hier zu mir! Ich hab irgendwas geholt. Und wieder tot. Oh nein! Ha! So, kommen wir weiter. Sieht fast so aus. Was ist denn? Hier müssen wir sehr vorsichtig sein. Ah. Hör! 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 Wie ist das? Keine Ahnung. Ich dachte, da passiert irgendwas Besonderes. Was passiert in einem Wasser? Nee. Ja! Wir haben eine Mission, um zu machen. Doppel-UCs. Danke für die Auskunft, Sam. Nein, ich wusste, dass sowas jetzt kommt. Na... Kommst du klar? Hey, wo bist du? Hallo? Ich bin tot. Na toll. Deswegen kommen die alle zu mir. Ich hab mich schon bewundert. Ah, da bist du ja. Mofi! Uuuuuhh. Mofi! Na endlich! Hey, der will irgendwas von mir. Cool, der wirft nen Mediket unter. vor dem raketenwerfer habe ich noch genug schuss coolen gelbsack da sind ja die zigzies mit ihren waffen ich hasse die kamikaze und ich hasse auch die weiterentwicklung der kamikaze typen diese komischen clowns wo bist du eigentlich wieder da juli 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 normal